Wir sind die Jungs und Mädels von der Mahnwache hier in Syrd. Wir verhindern den Hafenausbau, den unwirtschaftlichen Wahnsinns-Hafenausbau, der hier die Natur zerstört gegen jetzliche menschliche Vernunft. Und wir kämpfen hier schon seit zwei Wochen und wir werden hier auch weiterbleiben, bis dieser Hafen verhindert ist. Wir bleiben weiter der... Drei Wochen sind es schon. Wir bleiben weiter der Stachel im Fleisch der HGK und im Gewissen jedes vernünftig denkenden Kölner Politikers. Und wir brauchen noch jede Menge Hilfe, damit wir hier unsere Feste feiern können. Und kommt vorbei, bringt uns was Leckeres zu trinken mit, ein bisschen Kaffee und Kuchen und einfach eure Unterstützung. Damit wir dann alle zusammen am Ende diesen Hafen verhindern können. Und wie heißt denn das Schwachkuchen? B.A.T. Nö, wie heißt der denn? Stopp, den Hafenausbau geht nach Nil. Kommt alle vorbei, alle vorbeikommen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss, bis später!